Wir sind die Vorletzten und wollen natürlich alles daran setzen, dass wir die drei Punkte hier in Luzern behalten. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel gegen Servet. Wir wissen, wir brauchen Punkte und wir brauchen unbedingt diese drei Punkte in diesem Spiel. Wir müssen dieses Spiel sehr, sehr konzentriert bleiben. Für uns, für die Fans, für den ganzen Luzern muss man unbedingt drei Punkte holen. Wir müssen sicher ein Spiel über den Kampf suchen. Schönwetterfussball hat sicher nichts zu suchen am Samstag. Wir müssen alles daran setzen. Über den Kampf, über das Team, über die Solidarität müssen wir den Sieg suchen. Wir spielen zu Hause und mit der Unterstützung von uns im tollen Publikum sind wir sicher, dass wir die drei Punkte zu Hause lassen können. Zu Hause sind wir sicher stärker wie auswärts. Das zeigt sicher auch unsere Statistik, die wir haben. Und darum müssen wir mit grossen Selbstvertrauen in das Spiel gehen. Und probieren, dass wir sehr bekämpfen mit Nullpünktlenteils schicken. Und wir versuchen, dass wir sehr bekämpfen mit Nullpünktlenteils schicken.